Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung liegt im Kreis Meilen-Koblenz. Das Mehrfamilienhaus wurde im Jahr 1996 erbaut und 2014 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Stromzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 460 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.